Musik Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, GamingGuts.de Heute die Auflösung von meinem Weihnachtsgewinnspiel Und bevor wir das Ganze auflösen, wünsche ich euch alle natürlich erstmal frohe Weihnachten Ich hoffe ihr wurdet heute reichlich beschenkt Und ich wünsche euch natürlich auch weitere schöne Weihnachtstage und auch weitere schöne Ferien Und ihr merkt vielleicht an meiner Stimme, dass die noch nicht ganz fit ist Aber was soll's, ich muss halt dieses Video hier jetzt, oder das Gewinnspiel ja gesagt, auflösen Ich habe das meiste mit dem Zufallsgenerator gemacht, außer das mit dem Hardcore Reloaded Projekt Das habe ich persönlich ausgewählt, weil da sich so wenig Leute für beworben haben Dass es einfach 20.000 Jahre gedauert hat, bis der Zufallsgenerator da so einen Kommentar ausgewählt hat Und ich werde die ganzen Kommentare, beziehungsweise die Nutzer nicht vorlesen Sondern gleich einfach am Ende einblenden Vorher muss ich einfach noch kurz eine kleine Info raushauen Und zwar ist das Video hier das letzte Video im Jahr 2015 Ich habe mir vorgenommen, einfach mal eine kurze Pause zu machen Auf Twitter habe ich das Ganze schon gepostet, dass ich einfach mal eine kurze Pause brauche Ihr merkt ja auch, dass in letzter Zeit so voll inaktive Videos kommen Beziehungsweise unregelmäßige Videos, eher gesagt Ich habe mir eigentlich vorgenommen, so viel zum Update zu machen Aber die Motivation ist momentan einfach irgendwo woanders Und ja, deshalb dachte ich mir, vielleicht wird so eine kleine Pause einfach mal guttun Ich weiß auch nicht, wie lange die anhalten wird Auf jeden Fall wird dieses Jahr kein Video mehr kommen Wer trotzdem noch irgendwie auf dem Laufenden bleiben will Der schaut einfach mal bei Twitter oder Facebook oder vorbei Wie ihr das auch eben möchtet Wenn nicht, dann nicht Ich hoffe, ihr respektiert diese kleine Entscheidung Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da nicht so wirklich irgendwas gehen habt Klar ist das ein bisschen doof, aber ist wahrscheinlich einfach besser Jetzt werdet ihr die Gewinner sehen und wie gesagt noch frohe Weihnachten Glückliche Festtage und habt eine Menge Spaß in den Fernfreunden Tschüss Auf Wiedersehen! 늘 geht bei dirS Untertitelung. BR 2018